Ach, Tamina. Was ist denn los mit dir? Du hast mich hässlich genannt! Und deshalb hast du dich jetzt hier... Ja, ich kann mir nämlich keine Gesichtsofee leisten. Denn ich habe keine vierstelligen Zahn. Wo willst du denn so kochen? In einer Küche. Na gut, musst du wissen. Ich habe mir gedacht seit dem letzten Mal, wir gehen back to the roots. Wir gehen... Wie mache ich ein Spiel auf? Muss ich hier auf? Nein. Nein, du gehst da unten, machst das Steak ins Menü und dann suchen wir uns einen Floorplan aus. Die sind aber beide echt hardcore scheiße. Echt, findest du? Die können aber nicht ins Country-Ding. Wir können nichts machen. Ja, wir müssen doch jetzt eins davon machen einfach, oder nicht? Das ist okay. Hast du Frau Schimmel? Ach ja, ich habe vergessen, dass das mein Nickname ist. Frau Schimmel? Ja. Das ist bitter. Du hast mir den Namen gegeben, du vollidiot. Nehmen wir das hier? Warum nicht, oder? Ja, na und? Warum bist du denn jetzt sauer? Ich bin einfach nur... Ich hätte so gerne vierstellige V-U-Hot-Sachen. Ja, wir alle glaube ich. Naja, ist ja schön für Felix, ne? Ey. Ist ja schön für Felix. So, wollen wir? Ja. Okay. Das war's schon, ne? So, du darfst diesmal Stimmt, du darfst aussuchen Was? Den Namen Du darfst den Namen aussuchen Ich hab die letzten beiden Male Das ist dein Video, das hier ist dein Stream Erstens, ich hab einmal das Sagt Bitte gemacht Und dann hab ich gesagt, nicht unser zweites Restaurant Das war unser Okay Herzlich willkommen im vierstellig Wir sind hart am Kopen Ja klar, wenn wir irgendwann vierstellig haben Willkommen im vierstellig Willkommen im vierstellig, Freunde Nee, nee, du musst die da oben hin machen Wenn du hier bedienst und der ganze Wisch Ja, okay, dann vielleicht hier an die Wand Ja, dann machen wir einfach hier oben hin Das Setup ist wirklich unfassbar arsch Also wirklich ununfassbar arsch Warum? Wir müssen ja erstmal wieder gucken, wie wir hier die Spüle ranbekommen Ist so schlimm Die Spüle Und die Teller Kommst du da ran wieder, dass du die Hier in die Spüle und das abbequenten kannst? Ja, irgendwie schon Okay, weil hier Und dann musst du hier die Steaks wegnehmen Ich würde hier einmal die Sitze wieder wegmachen Damit hier das nicht crowded wird in der Mitte Gut Okay Alles klar Ja, dann gucken wir jetzt mal Ich gucke nochmal ganz kurz Ob ich hier irgendwie Ja, das wird schon Hier komme ich so einiger Digger, wie du aussiehst Immerhin lächelst du jetzt mal Ist schön Okay Immerhin denke ich jetzt mal, du hast Spaß bei der Arbeit Das habe ich nie, wenn ich mit dir arbeite Aber ey Das ist das Problem Ja Wollen wir Jo, ich glaube das passt Mal gucken, ob jetzt was passiert ist Ich glaube, ich glaube Hier doch links Aha 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 Einen wunderschönen guten Tag Lena Scheiße Und 587 Na, ihr beiden Ihr habt ein Date, wa? Ich lasse sie nicht an seinen Platz Okay, hallo Äh, einmal Medium Und einmal durchgebraten, Tamina Sehr gerne Ach, habe ich diese Worte vermisst Besonders Medium Haha Das habe ich sehr vermisst Ist das Medium? Ist das Medium? Das ist Medium, ne? Ja Schön Und hier haben wir verkokelt Lena, lass dir schmecken Und 587er Hallo Spiegel P5 Ah, ich wasche direkt ab Sehr schön, sehr schön So, den packe ich erstmal weg Na, mein Herr Ist nass draußen, Sie Arschloch Wenn du mir den zweiten einmal gibst Dann wäre das klasse Ein durchgebratenes Steak, bitte Sehr gerne Den dreckigen Teller nehm ich doch auch noch Ey, ist doch schön Ich wasche mit dir ab Ey, ist super Sehr, sehr gut So Hallo, herzlich willkommen im Vierstellig Ich bin ein Vier Und das ist stellig Äh, jetzt bin die den oben mal Ich bin ein Vier Und das ist stellig Okay, er will nur normales Uh, er will's blutig Schmackhochfatz So Bitteschön Hier, ihr blutiges Scheißsteak Der Bootsfahrer Hallo Bootsfahrer So Tschü Hüs Wie kann ich Ihnen helfen, Bootsfahrer Mit einem Steak bitte Durchgebraten Medium Brat die Scheiße aus dem Ding raus, Tamina Hier, bitteschön Das ist Das ist doch gerade das, was er will Nein Ja, natürlich Ist das nicht viel dunkler da oben? Nein Guck mal, das andere hat einen schwarzen Rand Es gibt Weiß dran und so ein Pin Aber guck mal Oben ist Es sieht eins, zwei, eins gleich aus Ich sag dazu nichts Nein Du benimmst dich wirklich wie ein Geist Danke Boom Das ist doch schön Sitzen wir unten rechts eigentlich okay? Ja, es ist fein Wobei, ich glaube, unten rechts wäre besser Bei der Ansicht Unten rechts hat das Ist auch ein bisschen groß Also ist echt huge Ich finde es aber okay Hier unten ist ja nicht viel zu sehen So, schau mal 28 Dollar in unserem Konto Na, wie geht es dir ständig? Bis jetzt geht es mir super Ich würde den Research Desk hier saven Dann können wir den morgen kaufen Ich habe einen Sync Ja, den können wir erstmal nicht Kannst du wegwerfen erstmal Bitteschön Okay Was hast du da oben? Coffee Table Ja, das ist auch dumm Also wir können uns erstmal grundsätzlich schon mal nichts wirklich leisten Und den Research Desk habe ich gesaved Damit wir die nächste Runde holen können Ja, dann Abfahrt Auch eure Steaks kosten Geil So, weiter geht's Woo Ein neuer Tag, ein neuer Dollar ständig Eher bloß ein neuer Hallo Schniedelschnecke Das ist doch Toss Der Name ist doch Toss Du kommst hier nicht rein Ja, okay, vielleicht So, guck mal, wie die mal zum Tisch auch sprinten Ja Hallo mein Herr Mein Name ist Vier Und das ist ständig Zusammen sind wie das Vier-Stellig Ein durchgebratenes Steak Ansonsten steche ich deine Kinder ab Mit wem redest du gerade? Äh, mit Schniedelschnecke Ah, perfekt Was geht's? Sexy Hand Je unser Banser So, bitteschön Die Musik lässt mich immer wirklich Mein Leben hinterfragen Alter, davon haben wir so krasse Dinger auf dem Boden Ist mir voll dir aufgefallen Wie schlimm war so Kreise und Dreiecke und so Scheiß? Naja Jetzt leg die Scheiße da ab Alter So, Englisch Bitteschön Nicole! Nike und pzv.de Na, wenn das Robin wüsste Ist das hier ein Date? Hä? Einmal Medium Und einmal durchgebraten Natürlich Ist Nike nicht vegetarisch? Ja, ich ja auch Aber ich mach die Scheiße hier trotzdem Na gut, Nike, bitteschön Oh, war ich, warte noch Du musst einfach den dreckigen Keller auch einmal abnehmen Bitteschön 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 So Hallo Lukas, Tyranno, 07 und Lachsat Hallo Immer wieder schön mit euch hier abzuhängen, meine Lieben So, was wollen die? So, zweimal roh, wie scheiße Du machst das so toll in der Küche Danke, danke Mein Gott, du bist nett zu mir Das ist eigentlich, weil ich nicht mehr hässlich bin Ich bin endlich anseelig So, bitteschön Das ist wieder pretty privileged Bitteschön Guck mal, was ich kann Oh, wow Ist cool, oder? Hier, wasch ab Zack Zack Alter, wie rushed Es ist zu einfach Viel zu einfach Es ist zu einfach Es ist zu einfach Ey, ich glaub, das liegt aber auch daran, dass wir keine Delay haben wegen Internet Na, maybe So, 34 So, erstmal müssen wir den Research Desk kaufen Zack Oh, ich hab den Sync geklaut So, oh, Sync ist wichtig Warte, hier Plates Hm, ja, I guess Hier ist die Sync, die wir dann direkt zum Dishwasher upgraden können Wir brauchen Dishwasher Ich mach mal kurz die Klima aus hier Yo, mach ganz entspannt Das ist ja viel zu dolle Ja, schon ein bisschen frisch Ja, die Plates können wir noch holen Ich könnte aber auch hier Nachtmodus I guess Bitte holt mich hier raus Ne, ich bin hier gegen meinen Willen festgehalten Ha! Was passiert? Ich hab gar nichts gesagt Was? Ich hab gar nichts gesagt Ich hab gar nichts gesagt Ich hab auch, I guess Ich bin hässlich nicht schwerhörig, okay, danke Gebraten durch Durch Durchgebraten Danke Hallo, schubsen Hallo, hallo So, den pisse ich ins Essen So, ihr beiden Was wollt ihr? Durchgebraten Und medium Super Schön Ich hab mal abgewaschen, ja Das ist so freundlich Ich krieg die scheiße nicht Hallo, Haimi Na, was kann ich für dich tun? Ne, du setzt dich hier nicht hin Das kannst du vergessen Willst du dich vielleicht mal bedienen hier auch? Ja, okay Bitteschön Bitteschön Hallo, Haimi Was möchtest du? Oh, medium Na gut Du musst den Kühlschrank anders platzieren Ich glaub, den hätt ich einfach hier Hinten Naja, okay Du musst den Kühlschrank So Die scheiße Fuck, Entschuldigung Elopia und Lobbyhoe Ey, er lässt mich nicht raus Okay Zweimal durch Ich verstehe nicht, wieso bei manchen Leuten eine Glocke ist Und bei manchen nicht Gorgus Maximus Oh, die war zwei durchgebraten, ne? Ja, hab ich gesagt eben Sorry Und ein Medium Und ein Medium Aber erstmal die zwei durchgebratenen Ja, die sind wichtig Ja, schneller geht's auch nicht, ne? Ne, tatsächlich nicht Tatsächlich muss ich warten Dankeschön So Schön Bitteschön, ihr beiden Lasst es euch schmecken Richtig großartig Oh So, ein Medium noch Ja Musst du ihn einmal putzen Medium Ja Ja Räum du hier mal ab Ich mach doch schon Sehr gut Ich hab nix gesagt Ich hab nix gesagt So Ja Abfahrt ist schon viel wert Okay Okay Abfahrt Haben wir doch das Telefon? Ne, das kommt noch, ne? Customers order without waiting Das ist actually, glaube ich, ganz gut Brokkolis scheiße Ja, echt? Ich glaube, ja Ich glaube Moodle with portions at one Dass die halt einem sagen Wobei es kann Ja, dann lass uns doch das links nehmen Dann wissen wir halt immer direkt Was die wollen oder das nicht ansprechen müssen Ja Gut, was haben wir hier? Oh, plates Und hop Hand of blood Was ist das? Work boots? Aha Das ist, glaube ich, so ein bisschen schneller Oh, scheiße, weil beides eingeschlafen Schön Ey, gar kein Stress So, wollen wir? Warte Ja Ich überleg gerade Brauchen wir noch was? Wie einen Einen weiteren Counter oder so? Ich weiß nicht Also wir haben noch plates Die brauchen wir aber nicht Hop Brauchen wir auch nicht Ein dritter Dingenswerden Ja, wobei den können wir später upgraden Lass uns noch warten mit einem Ja Upgraden? Wie ist das jetzt mit Ja Der ist schon dabei Ich bin schon dabei Okay, sehr gut Ich komme nicht die ganze Zeit hin Ja, ja, alles gut Ich mache hier direkt immer Ja, okay, dann abfahrt Weiter geht's So, Tag 80 Millionen Tag 4 Hey, herzlich willkommen Da haben wir ihn schon direkt Den Tisch Das ist mein Lieblingsmusik, glaube ich Herzlich willkommen Im Vierstellig Wir wollen alle Vierstellig Und machen deshalb Rosinen Reacts Ja Ich kenne ja jede Folge Ich habe das zuhause hier durchgegrindet Ich kenne jede Folge Das wird Räumst du aber ab Klar Perfekt So 1A läuft das Durchgebraten Durch Na Ja, es war ja zu früh Das war knapp Lankito, Hallöchen Ich habe hier hingeschissen Also nicht reinlaufen So Da kommt das Gesundheitsamt Und dann? Nachquatsch Lankito gehört doch nicht zum Gesundheitsamt Ein rohes Steak, bitte Yummy 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 Zack Zack Aber ich muss sagen Es hilft schon mal sehr Dass du dein Gesicht bedeckt hast Das freut mich Mich auch Antonia Hallo Und Maggie Hallo Zwei Medium Medium Ja, sehr gern Wie du so Einfach nur lächelst Die ganze Zeit Das ist schon geil So Boom Also das ist aber halt auch ein gutes Serienmörderkostüm Bisschen, ja Würde mich auch nicht wundern Tatsächlich Hallo Numinvi Und Leopold Alles gut So Einmal durch Und Medium Ich wasche ab So Schön Ich mache es sauber Guck mal Viel zu einfach Adrian, hallo Viel zu einfach Zu einfach Oh 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 Der falsche Oh Alter Ich habe es Oh mein Gott Das war knapp Ein Medium Medium bitte, ja Guck mal, die kacken hier mal auf den Boden Und hauen dann ab Das ist so Aber jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, denn wir haben einen Dishwasher Okay Aber der Dishwasher, da musst du auch reinknallen Aber wir bräuchten noch mehr Plates langsam Würde ich mal so behaupten Würdest du Ja Geil Gute Earnings Gute Earnings So, du musst auch mal A drücken Ja, ist ja gut Wir haben 106 Dollar Plates Ja, geil, wichtige Plates Ich habe noch ein Dining Table Sehr gut Ich hole die hier Wollen wir den setzen, ja, oder? Äh, ja, würde ich sagen So Wohin? Am besten hier oder so, ne? Irgendwo, wo ich Wo ich rankomme Die Sync tue ich mal irgendwie Ich würde das irgendwie Ja, ja, wenn du Ja Ich glaube, ich würde es hier machen Ja Weil dann muss ich immer nur so Ergibt Sinn für mich Gut So, den Counter Können wir uns eigentlich sparen Jetzt würde ich das einmal hier nämlich hin machen Na, wie läuft's? Ey, läuft 1A Wie läuft's? Läuft super Okay Ist der Counter upgradable? Ich bin schimmelt Ich bin befassend Ich weiß, was passiert Gut Ich glaube, das passt Ja Ich glaube, das passt Gut Oh Entschuldigung Jetzt Oh, ein weiterer Tag im Vier-Stellig Ich bin Vier Du bist stellig Hallo, alle, lo, 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 lo Ne, ich kann nur den Namen nicht lesen Ah, alle, Lord und Perfekt Beide durch Jeder schon gut los Sehr gut, easy Ich halte mal die Tür zu Weil dann kommen die nicht Es geht nicht Scheiße Komm die nicht mehr raus Wir könnten einfach die Menschen braten Das wäre geil Das wäre sick Schön Schön Hallo, Rimana Ein durch Ne, ein Wings, bitte Entschuldigung Alles gut Alles gut Ich bin vier Bitteschön, Rimana Mann, das läuft als ab Hallo, Leonie Ich bin vier Das ist stellig Herzlich willkommen Unsere ganzen Steaks sind vergammelt So, aber wenn man die Gammelfleisch Oh, geiler nächster Name Gammelfleisch GmbH GmbH und Coca-G So Oh, schön Das dauert leider im Moment Seins, deins, meins Hallo Schmackofatz So, schön Freut mich Freut mich Freut mich Der hat schon wieder auf den Boden gekackt Das muss ich mit meinen bloßen Händen sauber machen So, zack, zack, zack Schön Dishwasher funktioniert Dishwasher ist super Ey, heute schaffen wir es easy Ja, klar Bin ich mir sicher Die Küche ist gar nicht übel Hey Hallo Chicken Nugget Drei, sechs, fünf, zwei Und iu, diu, diu, diu Oh, zack Zack Vielleicht wollen die noch was Ne, geht nicht Ach, das war ja letztes Mal So ein Upgrade Ja, ja, das wird das später Upgrade So Was kann ich für euch tun Oh, eins durch Eins roh Mensch, die Die Geschmäcker sind verschieden Hab ich recht Let's go Ey, Pixler Ich bin sofort Bitteschön Ein durchgebratenes Steak Ein durchgebratenes Steak Ein durchgebratenes Ich mach sauber So Ich bräuchte so Küchenmatten Wo das dann so cleaner ist Alles klar Gibt es Küchenmatten? Ja, ja Hier liegt jetzt ein Steak Ohne Zeit Danke Das ist gelogen Du lügst halt einfach gerade Du lügst Du hast gelogen Alter, Pixler hat geschissen Mitten in den Verkaufsraum Wild Mann, ist das leicht Es ist so einfach Hier im Vierstellig Ist alles Vierstellig Vielleicht noch Müll Juckt Juckt Niemand Wie kriegen wir denn Booking-Desk eigentlich? Formel, oder? Decreased mess Bonus patience Table create no mess Focus on making customers happy Also es ist halt die Frage Ob wir eher weniger Unordnung wollen Oder dass die entspannter sind Geduldiger Geduldiger, oder? Dann müssen wir exclusive machen Ja, dann exclusive Abfahrt So, schön Painting Würde ich kaufen Bringt ein Das ist hier eine Workstation Habe ich jetzt bekommen Hier haben wir einen Rug Achso, Double Dings Und was auch immer Okay, I guess Hier sind ganz viele Mit einem Diamanten Ja, warte Oh Oh, das wollte ich nicht Warte Chandelay Ja, dann kaufen wir Chandelay Hast du schon gekauft? Wow, ein slightly dunklerer Boden Das ist echt Ich habe gar nichts gekauft Der Ding ist mal for free Ah, hier Lass uns hier den Teppich mal reinlegen Jut Oder macht der Hat der irgendeinen Effekt? Highly flamable Ja, dann machen wir hier Ja, solange der halt nicht da liegt Dann passt das ja eigentlich Ja Ich muss ihn kaufen Ey Süß Ist ja klasse Das ist ja amazing Ich bin vier Jo Warte, wollen wir hier uns den Globe sparen Einmal Den können wir hier sehen Dann können wir ihn nicht so runter Ja, ja, ja Der macht unsere Leute richtig Geil Hat der eigentlich auch so einen Effektradius? Der Teppich? Stimmt, oder? Hm, eigentlich nicht Anscheinend Also es passiert zumindest nichts Drumherum ist wie weit Gut, dann können wir gerne Mensch Jot Super Kriegst du eigentlich Luft darunter? Nö Perfekt So, ich bin vier Das ist stellig Herzlich willkommen in vierstellig Unser anderes Restaurant Das Sushi-Restaurant Ist das fünfstellig Hallo Chess Chess1707 Meine Kuh ist einstellig Meine Kuh ist auch einstellig So, was möchte diese Person haben? Chess, Hallöchen Was möchtest du? Nein, sag bloß Ein leicht angebraten Steak Ein Steak Ein Steak Ein Steak Hallo Schurl Hallo Steff Bitteschön, mein Lieber So, was braucht ihr? Oh, du hast gekackt, Chess Du hast geschissen Unfassbar Oh, zweimal leicht angebratene Steaks Oh, die haben auch wieder gekackt Und hier oben auch Das ist so eine Sauerei Warum kackt ihr denn ab? Zweimal durchgebraten Yes, Sir Ihr seid hungrig, habe ich recht Feuer, Lappen und Hand of God Hand of God, Gold Ich kann es nicht lesen Hallo Valarank Unk So, bitteschön Bitteschön Noch ein Bitteschön Ach, ist das toll Hallo Anna Du musst einmal ganz kurz hier den eindreckigen Teller weglegen Und den anderen da rein Genau Perfekt So, Gießkann Zwergmann Hallo Einmal leicht Oh ja hier Leicht angebraten Und medium Ne So Schön Jetzt muss man sich aber langsam konzentrieren hier Ja, leider wird ein bisschen tricky Alles gut Überhaupt nicht Starke Kopfschmerzen Die Stimmen werden laut Die Stimmen werden laut Hallo ihr beiden Einmal durchgebraten Und einmal medium So Ich mach die Scheiße weg hier Der ist ja angewiesen So Bitteschön Bitteschön Aus dem Weg So Zack Zack Schön Einmal an Wie heißt der? Yummy Freak? Nee Funny Freak, glaub ich Das ist mein Chat Sind euch Leute aus meinem Chat extra gekommen? Ich hab's gepostet auf so einem Media Was für Legenden Die sollen mal alle reinfollowen hier im Stream Ja, Mann Und Sum Vor allen Dingen Ey, so T1 Sum ist wirklich nicht teuer Bist du irgendwo Sum auf Twitch? Also so richtig mit T1? Bei Max Echt? Ja Seit so 70 Monaten Alter Nein Ich kann nachgucken Ich kann aber in der App nachschauen Wie ich gesuppt hab Ach, zwei Sterne haben wir schon So Ganz kurz Let me check Meine Abonnements Ja Geschenkabos Webabonnements Ja Hand of Blood Verlängert sich am 24.10 Insgesamt 82 Monate Alter Ja, die Streak will man halt da nicht brechen irgendwann, weißt du? Ja Hatte dir das Geld irgendwie mal wiedergegeben? Naja, ist ja bei mir genauso langes Tab Also es riecht sich dann auf Man, ihr seid ja voll verliebt Okay Äh Players walk slowly when your customers Players walk slowly As a steak topping Äh Weiß ich nicht Aber da hat man 15% Warte was? Players walk slowly when your customers Ja, dass du langsamer bist, wenn die da dir entgegenlaufen Und so Ey, Funny Freak, danke für den Hey, danke für den Sub Funny Freak Ich weiß nicht, was besser ist Tomato ist ja einfach nur eklig Also man muss ja einfach viel mehr arbeiten Aber auch weniger Gäste 15% weniger Und Chopped Tomato geht eigentlich noch Eine Tomate halt Ja, okay, dann machen wir das Ich weiß nicht Ich hab Angst, dass uns das auf die Füße fällt Ja? Okay, YOLO You only live once Schön Ja, dann viel Spaß mit der Tomate Wenn ich jetzt die Workstation hätte Das wäre natürlich Ich hab noch einen Counter, den brauchen wir, glaube ich, oder? Was ist das? Ordering Terminal Ach, du Kacke Ach, da können die einfach so ordern Was ist das? Ein Oven? Ich hab hier noch einen Counter Kann man, so dumm das klingt Kann man Steak im Ofen machen jetzt? Also so, nicht im Sinne, ne? Also jetzt in diesem Spiel Wenn da steht, dass es zweimal so schnell ist Sind hier irgendwelche Plate Up beim Chat, die wir diese Frage beantworten können? Also, ich würde fast behaupten, nein Hm Das ist halt die Frage, ob das nur auf den Ofen geht, oder? Ja, da bestimmt ist dann halt das Ding im Ofen einfach nur schnell Dann würde ich einen Counter kaufen und diesen einen Hop saveen Ja Ja, das geht Da schreibt jemand Das ist geht I guess, das kann man Ja, I guess Ich brauche eine Antwort Ich kacke Ne Klare Ne Klare Ne Klare Ne Klare So, also ich würde jetzt einmal hier Wir können jetzt diesen Globus kaufen Ja, den kaufen wir Wo packe ich ihn hin? Den müssen wir irgendwo hier entpacken, oder? Guck mal Das kann nämlich Increased Patience Ja Dann kann ich den Aber ich packe den mal hier oben drin Und die upgraden Der hat doch safe irgendeinen Effekt, oder? Hm? Ne, ne, ist egal Hauptsache die Diamanten sind da Also du kannst auch da hinten in die Ecke stellen Das passt Also hier würde ich das nicht machen Ich glaube, ich würde es einfach hier irgendwie stellen Okay, cool Also wie du siehst, funktioniert das alles Ja, ja, okay Genau Da möchte ich noch einen Counter kaufen Mhm Wo ich dann die Tomatoes choppen kann Mach das Und dann kann ich hier mit Steak machen Hier oben Ja Ja Ja, kann ich jetzt eh nicht kaufen Dann gucken mal Du trötest ganz schön, ne? Ich bin am überlegen, was hier gerade das beste Setup ist Ja, I guess Ich wische einfach den Gastronen Ey, danke für dein Tier 1 im dritten Monat Ey, Kaya, danke Let's go Danke, danke Sag mal, let's go Let's go Danke Okay, ich glaube, so haut es hin Ich glaube, das ist fein Ja? Ich glaube, das ist du Ja Okay Gut Wenn du das sagst Oh, verlammend Ich habe das immer umgedreht Alles passt So Hallo Bigger Manship Yo Ein durchgebratenes Steak Ein durchgebratenes Steak Steak So ein Litter Song, ne? So ein Banger Das ist von Harry Styles Five Guys Five Guys Die Konkurrenz At Freddy's Nee, Five Nights At Freddy's Ich bin Dom Naja Ein durchgebratenes Steak, bitte Geil So, wir kriegen jetzt weniger Gäste Aber mehr Geld Ich verstehe, wieso wir noch kein Booking-Desk haben Wo wir Leute anrufen können Ich check das nicht so ganz Warum kommt da niemand? Naja Mal gucken, ob die jetzt Tomaten wollen Das würde mich jetzt mal interessieren Ein Steak mit Tomate Holy Shit Oh mein Gott, hier unten liegt Scheiße Ich habe es weggemacht mit meinen bloßen Händen Anyway, hier ist ihre Bestellung So, na lecker, das schmeckt doch Schön Hallo, Happy Hey, die haben geschissen Unfassbar Die scheißen halt auch einfach, ne? Ja Die kleinen Kacklappen Das Adrian und Luma, hallo Na, ihr beiden So, boom Hi So Zweimal leicht angebraten, im Loch blutig Fast noch Atem Das ist so einfach, wir sind so gut Nina Kanani, was geht Und Mrs. Blood Ich hoffe, euch geht Aua Lasst es Die schubsen mich einfach weg So, jetzt Brat Brat Die wollen gar nicht so viel haben Nö, das war bis jetzt eine Person, die eine Tomate wollte Die kacken schon wieder Oh Mann Gekackt Gekackt Aber die haben jetzt schon mehr Patience, ne? Ja Okay Boom So Smiko won und fort perfekt Oh Zwei mal Tomate Oh, ist der Weg Die haben ja riesig hingeschissen Hier Das gibt's doch nicht Krojan, hi Dein Tomate schneiden geht ja wirklich noch Es ist fein Aber jetzt noch jemand, der eine Tomate drinst will So Alter, ich bin so krass in dem Spiel Jo, bist du wirklich? Ich bin so heftig Ich bin ja auf vier So Alter, das ist da viel zu einfach Und hab geguckt Ey, schau mal, wie es da aussieht Und ich hab dich nichts anderes gesagt Nichts anderes Give me the crow Give me the crow Let's fucking go Aber es war auch witzig Breadsticks Was ist das jetzt hier für ein Ding? Safety hop Won't burn food Ey Slower, Digga Ich will nichts, was slower ist Ich will, dass es schneller ist Breadsticks Das ist doch geil, oder? Ich fasse hier alles an, außer dass du nicht willst Supply 4 Hallo Achso Die kann ich denen bringen Wenn wir nochmal Zeit brauchen Ist der auch noch upgradable? Ne, weg Digga Weg mit der Scheiße Ich mach mal einen anderen Und hoffe, dass dann Eins ist, dass es schneller noch geht Wollen wir den einfach kaufen? Für 20 Tacken, klar Warum nicht? Musst du halt unten hinstellen Ja, ich stelle das hier einfach Statt das Countess Den Countess hast du jetzt eh noch nicht viel gebraucht, ne? Soll wir den Tischwasher haben? Geht das eigentlich So Hier kann ich nicht viermal Breadsticks bringen Wenn wir kurz vorm Verkacken sind Okay, perfekt Schön, dann würde ich einfach weitermachen Ich würde überlegen, ob ich nochmal einen Counter hole Ich sage ja Ich sage ja Ich sage ja zu einem Counter Zu einem Counter Was ist das hier? Tape? Trace den? Guck mal wie ich hier im Gastraum tanze Oh, eine Trace den Wäre auch nicht schlecht Dann könntest du zwei Teller auf einmal nehmen, glaube ich Und dann halte er ab mit die Stellen Also wir müssen hier ganz klar sparen Okay, gut Ich meine, das Geld haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Ja, man hätte ja nicht auslaufen können Wir brauchen einfach nur einen krasseren Grill Ey, Paula, danke für den Tier 1 No way! Paula, let's go! Ich will keine Safety Das macht mich sauer, wirklich Aua, aua Der schubst mich Weg mit dir, du Arsch Mach schon mal Steaks, Ruf Zweimal blutig Einmal Tomate Abfahrt Was ist das für eine Mucke? Die hat ja nie gehört Echt? Die lieb eigentlich auch schon bei uns So, zack, rein, rein Ich finde es gut, dass ich die nicht mehr ansprechen muss Ja, es ist überall Wobei dann aber auch direkt die Zeit läuft Ja, ja, klar Aber wir sind es halt einfach auch, ne? Wir sind einfach gut Es läuft So, was wollt ihr? Käpt'n sehen? Ey, die haben geschissen Boom, bab, boom, bab, bab Let's go Wir haben auch genug Teller Ja, easy Ich räume auf Einfach, so einfach Alter Aua Das ist ein Arschloch Ich verbanne dich aus dem Vier, stell ich Zack, war durchgebraten Boom 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 So einfach Es ist so leicht Aber jetzt wird es schwierig Jetzt kommen mir nämlich zwei Brés Die wollen nämlich auch was essen Ja, wobei Aber wir bekommen mehr Geld wie die Tomaten, oder? Ich glaube Schön, an Ey, du hast doch auf dem Boden gekackt bei dir So Ich guck mal hier nicht so gut durch Also das ist echt super Du musst gleich mal sauber machen Ja, das ist halt schwierig Weil das so Das andere braucht halt seine Zeit Schön So, jetzt kann ich mal hier ein bisschen Mach schneller Schön Schön Ist der letzte Gast, oder? Safe Alter, es ist so einfach Ey, es ist so leicht Und dass nicht einmal Breadsticks sind Nicht einmal Oh, da kommen noch welche Egal, ich gehe mal hin Drachenmeier So, zack, zack Ey, gönn Tomate Jawohl Boom Einmal Tomateumbruch Easy Der hat wieder gekackt Zack Ja Gut Sehr schön Sehr schön Sehr schön Wir sind ein eingespieltes Team mittlerweile Ich brauchte die Brotsticks nicht mal Ja Und wir haben sie Immer noch Mein Gott, das ist einfach Schön Wir sind auch schon sehr weit Ja So, 111 Tacken Und scheiße Rich, wir sind scheiße reich Sind wir Scheiße reich So Boom So Einmal Poggers Poppigen kann man die nicht anstellen Aber theoretisch könntest du sie direkt So zu Beginn der Runde Den könnte ich anstellen Ey, die Breadsticks Ob man die schon vor der Runde Aber man kann ja sobald Alles so bestätigen Kann man die Sache benutzen Ist so einfach Total Earnings 78 Wir haben 120 Jetzt finden wir irgendwas richtig geiles Das haben wir hier Dining Table Fire Dingens Küchens Napkins Ach man, mich nervt Dass wir hier nur diese Safety Scheiße bekommen Sink Damn Willst du noch einen zweiten Dishwasher? Wir können auch mal re-roll hier unten Wollen wir machen? Ja, warum nicht? Mixer Cast Limiter Specials Ist alles Bullshit Leider Gottes Wir können auch nochmal re-rollen Das kostet dann zwar nie Ich weiß nicht, ob es das wert ist Also wir kommen ja auch noch ganz gut klar Erstmal Noch Wir können jetzt nochmal chillen Warte mal Hier im Vier stelle ich Und dann gucken wir nächste Runde Dann sparen wir uns jetzt die 100 neuen Ja, würde ich sagen Dollar Ja, würde ich sagen Ich verstehe echt nicht, wo dieser Booking Na ja, egal Nee, vielleicht Einfach Mega Unlucky Ich habe den auch am Anfang irgendwie nicht bewusst gesehen Hallo Drescher Ey, deinen Namen habe ich schon mal gel... Aua Hallo Aua Ich hasse Menschen Was kann ich für euch tun, meine Herren? Oder Darm Durchgebraten Schön Ist schon friedlich, das Spiel, ne? Ich verstehe auch nicht, ne? Also... Emmas Red Bull, Hallöchen Wann haben wir uns... Warum haben wir uns jemals hier gestritten? Das ist so entspannt und einfach So, zack Ba Boom Pau So einfach Und entspannt Und cool Stell dir vor, du kommst rein und drehen sich einfach alle Mitarbeiter so mal aus Ja Bleh Hörer, das ist ein Kotz Ja, dieser Speedgrill, den brauchen wir Ja, aber wie kriegen wir den nicht? Das nervt mich auch ein bisschen, aber... Mal schauen Ne, es gibt immer noch ein nächstes Mal Hallo Kenmeister, was geht? Was geht, Bro? Was geht, Bro? Wow Wow Tschüss, Bro Tschüss, Bro Tschüss, Bro Ich war ja mäßig Tschüss, Bro Was geht, weh, Kaul und Nasskuhl Na, ihr beiden Meine Lieben Dreckbursche, hallo Na, du hast auch schon ein paar Subs gemacht bei mir Ja, richtig, richtig Jetzt darf er sich auch mal einen Steak gönnen Musst du zwar für bezahlen auch Ja, ja, aber... Natürlich Was ist im Leben schon kostenlos, ne? Gar nichts Sterben ist kostenlos Okay Selbst das nicht mal teilweise Na, naja Na, naja Ja, sterben an sich nicht Ja, aber das ist so eins hier, ne? Das ist richtig hier Dann ist dies korrekt auch noch eins davon Hallo Flupflip Mein Lieber So Ich mach an Schön, alle Medium hier ist ja der Hammer Oh, jetzt geht's aber los Gut dabei Also noch geht's ja Also wir kommen Gut klar Liegt zwar überall noch ein bisschen Kacke auf dem Boden Aber selbst das kriegen wir hin Ja Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, ne? Jo, ich wäre so Ich würde ein Tier 1 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 350 davon Also auf die ganzen Menschen verteilt Selbstverständlich Also ich muss sagen Ich würde ein Tier 1 Ja So oder so Ja Darf ich mir sagen Ey, ich würde mir wünschen Dass die 70-30 bekommen Würde ich mir wirklich für die wünschen So, weißt du? Ja Ich würde mir so denken Als guter Zuschauer würde ich mir das denken Das würde ich auch denken So Zack Easy Easy So einfach, so leicht Ja, ist schon cringe, wie einfach das Spiel ist Ja, ist schon ein bisschen peinlich Alter, und alles sauber Naja, außer bei dir ein bisschen Scheiße auf dem Boden Alter, drei Sterne Boom So, jetzt aber der Speedgrill Ey, danke für dein Prime Let's go Danke für dein Tier 1 im zehnten Monat Bash Geil Und Krim Ja, der dange So Lass ein Follow-down Wir sind bei Tag 10 187 Oh mein Gott Wir sind bei Tag 10, als wäre es nichts 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 Du musst einmal weiter drücken Sonst rass ich gleich hier komplett aus All customers are doing Come during rush times Must be a cure Ah Ah, das ist kacke Thin steaks Guck dir, du sagst Anders kack Cooks much faster Oh Hm Ah, das ist bitter Wenn Leute reinkommen Da wollen drei Das Steak Ja, das ist schon scheiße Ey, so Danke für dein Tier 1 im 5. Monat Bro Danke 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 für die Zart Ey, danke schön für dein Prime Und Leon, danke für dein Gift Das ist es einfach Ja Ich habe gekackt So, was ist all customers are doing rush times? Dann ist ja mega die Schlange draußen, oder? Ja Reicht jetzt Ja Thomas die Panzermaschine Danke für 29 Monate Tier 1 Tier 1 Thomas die Panzermaschine Woohoo Den Namen habe ich noch nie gelesen Er hat sich safe umbenannt Ja Das ist einfach 29 Monate schon lang Oder? Er hat halt nie erneuert So oder halt angekündigt Kann natürlich auch sein Ja, was nehmen wir jetzt? Was Beschissene? Ja Ich würde fast sagen, dass links könnte jetzt eine Herausforderung sein Wir müssen halt Wir brauchen halt diesen Speedgrill Das rechts halt auch Wir brauchen halt Links brauchen wir jetzt diesen Speedgrill Alter, danke für die fünftechnische Stülung Und MasterP Through 100 Danke für dein Prime winners NimmakSushi, Dankeschön für dein Prime Jabadabadu Jabadabadu Tants doch ein Backflip Nein Schade Du? Nö, überhaupt nicht Aber ich hoffe, werde ich gefragt Was machen wir jetzt? Links oder rechts? Ja, da ganz kurz Ich weiß mich immer, wie der Worf Felix hat Es ist der noch live? Ah ja, 1400 Ey, wir sind bei 500 Das ist okay Warnd lip so gut ist auf dem weg zu viert stelle ich aber sogar das ding ist lass mich lass mich ein pass auf ich mache glaube ich einmal russiens restaurants projekt aber ich bereite mich richtig krass drauf vor rasieren wir die haare ab und so wo mir so ein grünes shirt wie rosine ja ich mache einfach richtig ja okay was nehmen wir jetzt also was ist was ist ich finde beides hart beschissen beides ist wirklich hart beschissen aber ich glaube dass linke könnten wir kontern mit einem geilen grill wir haben halt 187 und theoretisch zweimal wir machen selber wo ich würde sagen kriegen nur ein schab wir haben keinen einzigen was ist das hier fast eating ja das ist doch scheiße ja dann wir wollen ich einmal ich würde glaube ich die sink einmal kurz sagen und dann kann ich glaube ich warum die sinkt weil wir noch eine dishwasher haben vielleicht ist das halt sinnvoll dass wir hier noch so ein dishwasher dings place aber ich will ja ich glaube jetzt kannst du ja was haben wir hier blue print cabinet wir haben hier noch mal dreckige scheiße bist aber schneller unterwegs damit wärst du hier halt richtig schnell oder bei mir in der küche aber ich brauche eigentlich nicht ich bin sicher ähm ja ja weil für dich ist glaube ich ja dann nehme ich das scheiß Ding ich könnte auch noch mal 167 wir könnten noch mal rerollen ohne scheiß jetzt ja ich würde es einfach machen weil wir brauchen jetzt vielleicht kann man den coffee table machen dass die da so zwischendurch warten auf einen tisch vielleicht wäre das sinnvoll ja jetzt kommen halt super viele die erwarten ja eben ja dann holen wir den und dann starten wir einmal holen und dann stellen stellen sie sich da dran und haben geduld oder ja dann dauert es einmal so ein bisschen mehr aber wir können die einfach hier hinstellen ich wollte gerade sagen dann gehen die da noch durch und verschwenden da noch mehr zeit oder schön okay ja okay dann abfahrt ja kommen wir müssen jetzt die specials menu was ist das zeit mal jetzt ist es aber fancier names place on table to reset order ah dann kann man das auf den tisch machen dass was anderes wollen ja aber finde ich irgendwie dumm weil ich denke die viewer kann es ja eh aussuchen ich glaube das bringt halt legit nix alter just venice danke für dein prime und anektas danke für dein tier 1 im 19 monat ey chrysle danke für dein tier 1 im 6 monat lemak sushi danke für dein prime im zweiten monat let's fucking go oder ja ich bin soweit ja oder wollen wir ich habe zu früh x gedrückt naja egal ja ich glaube tamina streamt nie wieder mit mir ah nein nein natürlich nicht natürlich stream ich wieder mit dir hä du gibst mir subs natürlich stream ich wieder mit dir das ist erstmal nur auf meinem feld wann machen wir zusammen merch eigentlich gute idee müssen wir mal angehen ich gucke wie der neue drop läuft und dann können wir mal oh warte mal die kommen jetzt alle zur kommen jetzt alle dann jo es kommt halt wirklich niemand es kommen alle zur rush hour ich glaube das war es ich glaube das war es okay warte komm wir bereiten brat schon mal welche oh god oh god oh mein god was ist das brat einfach brat 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 einfach brat einfach okay eins hier machen wir die beiden oh mein god mach zwei durch mach zwei durch zwei durch welches machen wir jetzt ich habe keine ahnung äh oh fuck okay eins ist abgehakt zwei durch zwei durch die unten können die unten können okay das war eine beschissene entscheidung vorbei aber jetzt sind die halt alle gleichzeitig zwar da aber irgendwie kommt jetzt auch niemand mehr ne das weiß ich nicht irgendwie kommt jetzt gerade niemand mehr so okay zwei durch zwei durch einfach doch da kommen noch welche da kommt die nächste die nächste wave digga oh mein gott der coffee table war key ja der coffee table war richtig richtig oh es wird richtig schmutzig hier wir haben hier für den tisch an der seite den hier jetzt ist aber wirklich ich komme hier gar nicht gut durch gerade das macht kurz sauber das ist schwierig weil es so lange dauert okay ein durchgebraten ist die unten brauchen länger die warten länger und ich mache die fertig zuerst oh mein gott so oh mein gott ich stecke halt so hart fest jetzt mach sauber es geht nicht ich muss mir andere Sachen noch vorbereiten es geht halt mit die fest so hallo nimm es oh mein gott der oben alter ich krieg das halt nicht hin okay die oben warten auch unten guck mal unten die Schlange muss halt abräumen wie sonst was ja hab ich alles gut alles gut wir haben den coffee table der savent uns gerade so unseren heftigen ass jo nein hä ich wollte den noch nicht nehmen schön dann kann der unten schon mal nehmen ja 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 nee die brauchen hier warte die durchgebringend es braucht er fuck 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 oh man oh man oh man oh man das war es ist tut mir leid das war zu viel das war zu viel ich krieg's nicht hin ich krieg's nicht hin Teller Tomate Tomate unten ich hab halt keinen Platz zum Dingsen ich hab keinen Platz ja das war's Rush Hour war dumm das kriegen wir nicht hin das ist nicht machbar das ist nicht machbar wir können hier nur unser Brot abwerfen ja das war das geht nicht die Breadsticks ja die hätten wir gebrauchen können oh mein gott die Breadsticks die Stall in der Ecke du hast nicht mehr aber komm ne das geht gar nicht Rush Hour machen wir nie wieder ich hab's auch das war ja komplett beschissen ja ja das war richtig scheiße ach fick deinen Salat Entschuldigung wir machen nochmal wir machen Pizza eine Pizza? Pizza ist gut solange wir die Onions nicht als Topic nehmen ist es Pizza entfällt ach Digger ja F in den Chat oder ein T1 ab 1 von 2 ich würde einmal Pili machen so ja ok machen wir mal ich bin gleich wieder da ok 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 ja ja Leute nehmt niemals die Rush Hour für euch getestet und bait mal ein paar Subs äh äh bitte abonnieren also wisst ihr jetzt ja ja ich werde eigentlich nicht alleine nach Hause fahren ich würde dann schon mit dir zusammen holen ja ja ich kann aber auch hier auch warten für wie lange noch? wenn ihr gerade schön spielt ja wir sind ja mit wir sind ja mit wir sind halt gerade in der neuen Runde ne oder wir machen halt mit für die Tage nochmal oder wir machen halt mit für die Tage nochmal ich wollte einfach nur äh äh ich will nur also ich wollte nur wissen ob du mit dem Rad hier bist mehr wollte ich gar nicht ja ja nur nicht so gut scheiß auf dein Outfit man welche äh äh die hier? was bist du? ich bin ein Hotdog ich bin ein Hotdog ich bin ein Hotdog ja was nehmen wir ich würde die untere hier nehmen glaube ich ja? ja mehr Platz in der Küche meinst du oder wie? ja i guess wobei die hier ist glaube ich auch noch ok das ist noch ok ja dann nehmen wir das das sieht ja nicht gut ich nehme Pizza Abfahrt dann lass loslegen damit du mit Max nach Hause radeln kannst ok ich darf nach Hause dann yeah hey technische Störung danke für die 5 Gifte es hat euch leid und herz danke für den Tier 1 im 5. Monat ihr wurdet offiziell von Hand of Blood gebaitet ja aber schöner rum ja 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 so hier unten ran so hier kommt die Sink und den hier oben wieder ran so ja und ich würde ihn in der Mitte wieder weg machen mit X genau das ist niemand im Bild du meinst mit Viereck ja was hast du hier noch für einen Umschlag? ja da ist er da ist er wohin ich mach die mal hier so hin du bock hast dick oh ich muss ihn noch kaufen also ich brauche cool warte ich überlege wie ich das ja am besten mach ja ja dann wollen wir es dann auf eine halbe Stunde cap mal einfach ja würde ich sagen guck mal was wie weit kommen wir in einer halben Stunde wir müssen jetzt richtig speedrun ok gut so Sekunde dann schreibe ich auch noch mal hier kann man hier mit der Hand aus Maschlecken nehmen das wissen wir aber ja dann filmen wir es halt aber dann ist die Spüle halt nicht frei gerade das ist das Problem also die Spüle dann ist halt die Flasche in der Spüle und dann können wir halt nicht abwaschen abfahrt 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 jetzt sehe ich ja dein Gesicht wieder tut mir leid tut mir leid mach die Pizza abfahrt ey was geht's sexy hand ich kenne dich noch aus unserem Steakladen Bray was will er wohl eine Margarita you want pizza oh wer ist das du willst doch jetzt Digga wären wir die oh mein Gott willkommen mit dem Pizza lecker frisch willkommen mit dem Pizza lecker frisch ich bin Pizza lecker und das ist frisch Pizza lecker frisch Digga ich habe hier kein Klamm dran mehr nein doch NEEEIN doch scheiße alter Solvigno was geht wer ist das bedient doch hier mal wie ist das denn findest du den Teller achso schön dann gehst du hier machst Pizza auch achso ich sehe die Pizza da gar nicht lasst euch die Margarita schmecken ja du darfst ja gleich nach Hause radeln ich habe gar keinen Bock Fahrrad zu fahren Digga echt hast du jetzt die Fahrrad geholt oder äh meine Mom und mein Opa haben ihre Alten vorbeigebracht alter aber ich muss sagen bei dem Wetter auch und so das macht eigentlich schon Bock das ist schon anstrengend ich bin halt unsportlich wie scheiße du musst dir so einen E-Roller holen die ballern die ballern so ich glaube wir brauchen gar keine weitere Pizza mehr ne ich glaube das war es so schön easy 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 ja 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 ich habe sie in ihrer Story erwähnt das ist ja klasse ich brauche definitiv einen weiteren Countess ein Sink ein Dining Table hol mal den Sink hier rüber soll ich einen Dining Table hier hinballern das ist eine Research Desk sparen wir erstmal das brauchen wir einen Dining Table erstmal nicht würde ich sagen nein okay okay einmal Cringe in den Chat oder ein Tier 1 ab eins von beiden müsst ihr wissen okay ich glaube es passt wie die alle bestellen hier im Chat ne ja weil es gibt weil es ja auch so viel Auswahl gibt guck mal die Auswahl so Tobi Boy je moin Lena ihr beiden Süßen ne seid ihr ein Pärchen oder wie ist das ha 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 das cringe jetzt ich weiß tja jo ich habe es da ganz schön schwierig Smalltalk ist nicht meins ja hier ist euer Essen bitteschön mein Gott das war knapp was geht's Savage Conduit na so bab bab ich wasche ab zack oh ja so ja momentan gibt es nur die eine Pizza wie waren das mit der Zwiebelpizza ja das war furchtbar ja das war furchtbar das machen wir nicht nochmal die zögern das so lange raus nur diese eine Pizza Art anzubieten das ist Display ey gewitter Hexe 9 to 5 hallo du weißt was sie wollen oder? ja dann wasche ich noch ab easy easy es ist zu leicht moin 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 wenn hier noch wer kommen will dann machen wir das hallo Wambli hallo im Pizza lecker frisch das Pizza lecker frisch das Pizza lecker frisch ja das Pizza lecker frisch die klingeln halt wie so ein Ranulifa Service der so zwei Sterne hat ja krass oder so ein richtiges oder so ein Frank Rosinen-Dring heute bin ich im Pizza lecker frisch hier in Berlin Spandau die Besitzer sind wirklich hässlich die in Berlin Spandau waren ja das Casino heißt es ja du weißt es das ist die Folge ja ich sag ja ich kenn jede Folge Felix hat mich eines abends angerufen und das erste was er gesagt hat Tamina Bingibingi Spandau Folge und dann musste ich wieder in den Discord das war super Bingibingi Bingibingi Research Desk was ist hier Dumbwaiter connected together was teleports items to other dumbwaiters ach so ist ja über dumm ja nee AI das klaut uns unseren Job oh wir brauchen die zweite Sync oh nee warte mal ich hab ja deine geklaut ja alles gut ich brauch die hier achso ähm ey danke für die ganzen Follows meine Freunde herzlich willkommen ihr seid bestimmt ganz viele Tamabis sooo nee eigentlich hätte ich richtig Bock mal so eine Parodie Folge von Rosines Restaurant zu drehen das wäre ja ultra witzig ok ich bin ready guck mal was denkst du wie schnell kann ich einmal in unserem Laden rumrennen 5 Sekunden 5 Sekunden ne das dauert länger fertig Rückstart ah Entschuldigung so scheißhaut Funny Freak Hallöchen herzlich willkommen im Pizza lecker frisch hier aua ach hast du ja wohl Müll ey ich hab keinen Plan eine Pizza Margherita ey Julia ne hallo oh Entschuldigung du kannst du auch mit X nehmen die von der Blingens genau einfach ich gegen ihn jetzt nicht oh ach 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 wirst du wohl alter was machen wir hier du musst die doch mit ihm wieder hoch ja mein Gott also die können ja das mal noch ein bisschen aushalten kann es so dumm so Ameise Puhnudel herzlich willkommen ey zwei Pizzen gerne easy eine Pizza klar ich möchte dass dieses Lied auf meiner Beerdigung läuft alles alle freuen sich jibiii Zim Kakao hallo da hat man richtig Bock zu Freestylen ne ja dann leg mal los was bin Pizza lecker frisch ja hey perfekt Digga danke nein warte mal das that only can use once per day keine Ahnung was das sein soll ist mir auch scheißegal counter counter die counter wäre noch sinnvoll ja bringe ich dir 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 die Tür ist aber schwer danke danke so ein dining table ich glaube wir brauchen den auch ja hol den ich glaube weil es gibt jetzt wahrscheinlich Tische die einfach danach blockiert sind maybe weshalb je mehr Tische desto besser ich würde den einfach mal hier so hin hauen warte warte mal legen ja oder warte mal ich mach mal die alle ein bisschen weiter nach hinten das kann ja halt hier hin so und dann mach ich den ein hier hin ja ok 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 mir passt das so so oder? ja ich glaube das passt alter wir sind so fucking insane so insane let's go guys ah es ist zu viel Puffer hier just achso jetzt darf ich den nur einmal upgraden achso ist ja egal ey was gibts ey zweimal margarita bin dran margarita bin dran mega rider mega rider mega rider mega rider schön nochmal zweimal hoppala ja Ich verschob, ich verschob, ich verschob. Lieb, danke. Oh Gott. Schön, 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 schön. Teamarbeit, ne? Die können auch ein bisschen warten. Jo, aber ich mach trotzdem schon mal hier ready. Dann kann ich jetzt abwaschen, dann kann ich wieder gehen. Tschüss. Moin, zwei Margarita. Wer hat's gedacht? Ich liebe meinen Job hier draußen. So. Haben wir ja sogar schon, Mensch. Boom. Pow. Halber Euro. Das sind 50 Cent. Fünf Mark. So. Easy. Wer hätt's gedacht? Easy. Bam. Boom. Irgendwie, er schubst mich weg. Ich wollte gerade abwaschen. Die Ratte. Dafür würde ich ein Tier 1 ab da lassen, glaube ich. Ja, wenn nicht so getan. Auch dann würde ich ihn verlängern. Ja, oder halt ein Sub-Gift an einen Kollegen im Chat. Oder Kollegin. Hast du mal diesen Clip gesehen von dieser Streamerin, die so sagt... It's just five dollars. It's five fucking dollars. It's just five dollars. You are enjoying this content for free. And you can't... You're telling me, you don't have the money. It's just five dollars. Das sind basically wir. Ja. Nur, dass wir es halt wirklich penetrant durchmieren. Nur, dass wir es ernst meinen, natürlich. Ey, Zim Kakao, danke für dein Follow-Matti. Oh, hier ist eine Rezension. Nachdem ich endlich... Ach so. Ja, liest du vor. ... Wir wurden direkt mit Namen begrüßt und haben sofort einen Tisch bekommen. Leider redet der Kellner ziemlich viel mit sich selber. Welt-Eddie-Pizza... Ah! Ist weg? Ist weg. Welt-Eddie-Pizza bedient. Ansonsten war der... Ansonsten war der Service ziemlich gut. Ich glaube, ich werde mit meiner Affäre wiederkommen. Ey, perfekt. Das freut mich zu hören. Wir haben hier Feier-East-Ting-Escher, Dining-Table und Plates. Noch eine Sink? Nee. Ja, noch ein Dining-Table macht auch keinen Sinn, oder? Nee, ich glaube nicht. Plates können wir vielleicht noch ein paar mehr holen schon mal. Für wenn der Dishwater dann kommt. Ich bringe die hier rein. So gut. In deine Küche. Gut. Danke. Bitte schön. Oh, hier unten ist noch ein Umschlag. Counter. Brauchst du noch einen Counter? Erstmal nicht, denke ich. Gut. Okay. Bin so bereit. Jasmin, the Gnu, danke für deinen Sub. Shadow. Es ist Dishwasher-Time, nächste Runde. Woo! Let's go, let's go, let's go, let's go. Mach Pizza, mach Pizza, mach Pizza. Ich bin doch schon dran. Hallo. Yeah. Let's go. Digga. Let's go. Zweimal Pizza, wer hätt's gedacht? Aua. Quelle 202, geiler Name. Let's go. Noch ein Stück Pizza, bitte. Nee, zwei sogar. Mach ich doch direkt mal den Nails. Ich wasche ab. Ich wasche ab. Aua, 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 aua. Also der Spie ist halt wirklich einfach, ne? Ja, das haben wir letztes Mal auch gesagt und dann kam die Rush Hour. Ja, aber das war auch dumm, dass wir das ausgewählt haben. Ja, aber das wussten wir. Wir wussten ja nicht, wie schlimm es ist. Das ist wohl, es war tatsächlich sehr schlimm. Also. So, zack, boom. Wie man uns das hier wirklich zum Vorwurf machen kann. Alter, es ist Anna. Geil, Anna. Da kommt niemand mehr. Oder doch? Doch, da kommen noch zwei. Alter, hier liegt alles voll mit Scheiße, ne? Mister, was geht mich das an? Geil. Was geht sie das an? Was war das nochmal für eine Folge? Äh, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, ich wollte von jemandem den Namen haben und dann hieß es dann wirklich so. Glaube ich. Ja, true. Sorry, die sind da auf seinen Pass drauf und so. Was geht sie das an? Hallo. Hallo, Adrian. Na? Ich glaube, wir haben genug, aber egal. Können wir nie wissen. Ey, man kann nie genug Pizza haben. Wir müssen auch noch was essen. Schön, Adrian. Komm rein. So, hier, Teller. Woo! Dish Masha-Time! Dish Masha-Woo! Abfahrt. Charming. Ja, exclusive wieder, oder? Ja. Abfahrt. Okay. Oh, fuck. Oh, ich habe hier den Counter geklaut. Also, ich habe hier einen Globus. Der macht wieder zwei. Oh, Statue für 100. So. Hm? Also, können wir ja sonst saven, vielleicht. Was ist hier noch was? Land? Schnell hier. Noch ein Globus. Oh, wow. Also, ich würde sagen, wir können die Statue saven. So, als wärst du angepasst, als wärst du angepasst. Oh, du musst du wissen. Nee, nee. Das passt. Okay. Ich hoffe, deine Kette springt raus. Meine Kette von was? Vom Fahrrad. Oh, das passt so. Wow. Dann habe ich einen Unfall und sterbe. Ist das, was du willst? Max hilft dir. Achso. Zweimal Pizzen. Selina. Ich habe hier schon die Scheiße. Mohoin. Alter, die Schwarzschuss ist halt so geil. Ja, das ist nämlich das Beste. Lebensqualität, ne? Ich komme nicht ran. Warte. Reiner Schmutz. Baba-Name. Baba. Schön. Super. Klasse. Tolles Geräusch. Ich habe mal zwei angerufen. Für ein bisschen mehr Cash. Sehr gut. Am besten machst du nochmal eine Pizza. Schon dran. Schön. So. So. Ich habe richtig viel Geld verdient mit den Telefonaten jetzt. Sehr gut. Ja, wir haben über 180 schon. Sieisch. Schön. Hast du noch eine Pizza für mich? Ja, selbstverständlich. So. So. Das ist einfach viel zu easy. Das ist so einfach, so leicht. Alter, Unicorn. Danke für das hier. A1 und Justin Empire habe ich glaube ich schon. Juhu. Ihr seid so geil. Baba. Sehr schön. Das war's move. 136. Sehr, sehr clean. Dann holen wir jetzt hier oben den. Wobei, wir gucken erstmal, was wir noch brauchen können. Ja, schau mal. Aber es kann man auch sonst immer noch saveen für die nächste Runde. Nein. Lose patience when looking at players. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich hau keine, ich mach keine Topics. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich halte das nicht aus. Flowerpot. So. Wollen wir uns jetzt mal die Statue hier holen? Dining Table. Ja. Pack die mal da. Hallo. Hä, legt die mal ab? Hä? Warum krieg ich dich ablegen? Du musst erstmal bauen. Oh, ich hab das Falsche gebaut. Ich hasse mein Leben. Was ist das? Das Specials Menü. Wir tun die Statue wieder. Hä, ich grab die halt und es passiert nichts. So. Was macht man jetzt hiermit? Keine Ahnung, wir legen das weg und benutzen es einfach nicht. Haben wir jetzt gerade wirklich dieses Geld gewastet? Ja. Okay, dann jetzt Abfahrt. Sonst noch was? Ach, ich hätte gerne so eine Statue, muss ich sagen. Wäre schon geil. Na, kann ich sagen. Pizza lecker frisch. Pizza lecker frisch. Komm her, bitte lecker frisch. Herzlich willkommen mit dem Pizza lecker frisch. So. Ja, dann knack schon mal eine Pizza auf hier. Bin schon dabei. Und leg mir die mal hier hin, vielleicht. Na, wir haben ja Zeit. Ah, easy. Ah! Shit, alles gut, alles gut. Schöne Pizza lecker frisch. Pizza lecker frisch. Herzlich willkommen mit Pizza lecker frisch. Heute Pizzen, die lecker und frisch sind. Yeah. Machst du mir eine Pizza bitte lecker frisch? Na klar. Schön. Zwei Pizza lecker frisch noch. Das ist aber auch ein Bänge. Ey, aber viel Dings haben die jetzt nicht, ne? Also das ist schon grad kritisch, wie schnell die ihre Patience verlieren. Echt? Jo. Hä? Wow. Okay, guck mal, wie schnell. Jo. Okay, ja gut, das ist jetzt normal, aber... Okay. Gut, ich glaub wir haben's. Viel zu einfach. Nee, wir haben's noch nicht. Aber wir haben noch genug Pizza. Ich will noch ne Pizza! Jetzt hast du auf jeden angerufen. Ja. Da freue ich mich ja herzlich. Ja, ein bisschen Geld machen. Oh, es läuft doch. Zwei Pizzen. Pizzen lecker frisch. Pizzen lecker frisch. Pizzen lecker frisch! Pizzen lecker frisch! Sehr schön. So. Ich hoffe, Ihnen hat das Pizzen lecker frisch hier gefallen. Sehr, sehr gut. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt haben. Jo. Jetzt können wir auch die Statue machen. Hier so richtig rich. So, diesmal kaufe ich die. Total Earnings 100. So, jetzt kauft bitte die Statue. Oder? Ja, sink. Ja. So. Schön. So ne kleine Hipster-Statue. Jo. Okay, wir haben noch Geld für was Kleines tatsächlich. Hm. 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 Mich hockt nichts. Wann ich sagen. Twice the productivity. Ja, vielleicht weiß ich nicht, ob das hilft ob. Hold to carry two items at once. Und du dann zwei Items, also zwei Pizzastücke halten kannst. Ich glaube, das wäre vielleicht doch nicht gekommen. Okay, ich glaube, ich hol's mir. Ja, gönn dir. Gut. Was muss ich jetzt machen? Gleich, wenn wir ready sind, kannst du's gleich holen quasi. Ach so, und dann kann ich einfach aufheben. Dann kannst du's aufheben, genau. Hab ich's dann die ganze Zeit in der Hand? Ja. Das ist wie der Ablegser drauf. Okay. Hallo Jana! Ich bin's. Pizza lecker. Und das ist frisch. Ey. Endlich. Ich halt sie nochmal auf, ja? Egal. Oh scheiße. Oh mein Gott, sie waren grad wirklich so. Mach direkt die zweite Pizza. Kannst du jetzt aufnehmen? Ja. Okay, ich muss trotzdem zweimal drücken. Ja. Aber du musst halt nicht hin und her laufen, zwei Mal. Oh wow. Oh, die will, die will. Schnell. Ich bin dran. Nee, Pizza. Warte hier. Oh, warte. Okay, das ist ein bisschen kompliziert. Okay. Oh mein Gott. Das ging ja richtig schnell. Ach so, die, also du darfst die einfach nicht anschauen. Literally nicht anschauen. Ja, irgendwie so. Alter, die war grad richtig, die wollte richtig schnell abhauen. Oh mein Gott. Ich muss diesen Fleck hier wegmachen. Okay. Alles gut. 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 Aber das, ey, das mit den Dingern ist schon geil. Ja, das macht schon was. Das macht schon was. Das macht schon was. Eine Pizza, schön. Ich rufe gleich an. Mhm. Warte, ich muss dann nochmal die Pizza vorbereiten. Hä, Kika, mach doch. Okay. So, zwei Pizzen bitte. Ich bin dran. Die Pizza? Ja. So. Wie geht's? Brauchst du noch einen Teller? Warte. Uh. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, fuck. Du kannst irgendwie... Du kannst jetzt eine Person geben. Wir haben halt keine sauren Teller mehr. Wir sind jetzt ein bisschen am Arsch gerade. Oh mein Gott. Ja. Ich räume das hier gleich raus. Alles gut. Okay. Oh mein Gott. Das war fucking knapp. Okay. Oh mein Gott. Alles gut. Alles gut. Okay. Die beiden kannst du nehmen und die... Perfekt! Ey! Ey! Gar kein Stress. Gar kein Stress. Warum? Warum soll man mit einer von euch hinschauen? Echt, wenn wir beide hinschauen? Ist ja überdumm. Wohin schauen? Na, die Kunden angucken. Dann werden die sauer. Achso. Die ist aus dem Raum. Warum? Voll die abgehobenen. Ja. Die denken, die sind hässlich. Das ist wegen mir schon wieder. Das tut mir leid. Dining Table brauchen wir nicht, oder? Hm. Oder? Ich weiß nicht. Nee. Hast du irgendwas? Copying Desk? Keine Ahnung. Wir könnten halt... Oh, ich habe noch einen Wunsch. Wir haben noch fünf Minuten. Wir können noch einen Tag spielen. Ja, automatic. Und dann können wir nächstes Mal bei dem Weitermachen. Ja, okay. Dann, ich re-roll einmal. Okay. Workstation. Oh, die Scrolling Brush ist actually gut zum Saubermachen. Die ist richtig gut. Die ist okay. Ja, die müssen wir kaufen. Was macht das? Ist die upgradable? Nee. Die kannst du nehmen. Und dann läufst du da so lang und machst alles richtig, richtig schnell sauber. Okay. Hier ist ein Gas Override. Guck mal. Äh, 100% fast. Aber es burns vor 100%. Ah, weiß ich nicht. Können wir saven. Wie so komisch das aussieht. Ich würde die mal hier unten. Manual, aber ich check das nicht so ganz. Ich mache die mal hier unten hin. Ja, I guess. Ja, okay. Dann lass schnell nochmal Runde machen. Dann speichern wir. Jo. Gut. Abfahrt. Abfahrt. Okay. Jetzt kann ich hier mit nämlich rumlaufen. Ja, genau. Schön. Alter, danke für dein Prime. Und beep, beep. Ander. Dankeschön. Auch für dein Tier 1. Und Antonia. Ihr Geilen. So. Eine Pizza bitte. Boah, nee. Das Ding ist, ich sitze direkt in deren Dingsrichtung. Guck Richtung. Das fuckt die richtig ab. Mein Gott, sind die eklig. Aber es sind bis jetzt nur Einzelne. Das ist gut. Aus dem Weg, Matti. So. Schön. Hallo, Brad. Brad ist doch echt fast aus. Schön. Schön. Sehr schön. Machst du noch welche ready? Ja, wa? Hab schon, hab schon. Oh Gott, das singt ja insane schnell. Du darfst die echt nicht anklotzen. Nee, aber das Ding ist überall hier vorne. Da sind die in meinem Gesicht bereit. Das finden die nicht so geil. Alina hoffen. So. Wir hätten Alina's auch angepisst. Na klar. Ich hab gar keinen Bock auf dich. Geh rein. Achso, ich hab einen sauberen Teller. Gönn Pizza. Sehr schön. Und noch zwei weitere. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Und noch zwei weitere. Schön. Ich seitseende noch. Zack. Oh. Schön. Einmal ausfragen, bitte. Ja, wa? Schön. Eine Pizza. Alter, so gut. Ja, Mann. Mann. Halalala. Schön. Geil. Okay, das war smooth. Smooth. Das ist auch gut. Ich glaube, jetzt, wenn man so einen hoch hat, ist es auch gut. Man soll auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Genau. Und dann haben wir einen Spielstamm, wo wir nochmal weitermachen können. Für die Tage nochmal sachbescheidig. Kann man das einfach speichern? Ja, ne? Ich glaube, das speichert automatisch jetzt. Okay, gut. Ich glaube, warte, warte, mach nochmal Start. Save and Return. Sehr schön. Aber wir können mal ganz kurz noch gucken hier, ob wir irgendwas Geiles freigeschaltet haben. Nein. Nein! Ja, dann das. Okay, dann müssen wir jetzt aber irgendwas Geiles kriegen. Gut. Machen wir morgen. Morgen soll ich nächstes Mal. Das Restaurant will be saved. Ja, bitte. Geil. Geil. Ja, meine Damen und Herren. Das soll es gewesen sein. Kurzes YouTube-Auto. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye. Tschüss, bye. Tschüss, bye. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.